Naturgefahren sind allgegenwärtig, genauso wie auch potenzielle Konsequenzen auf die Umwelt und die betroffenen Gesellschaften. Darüber wird auch immer mehr berichtet. Gerade die Globalisierung führt auch dazu, dass auch Geschehnisse in weit entfernten Gebieten schnell, häufig in Real-Time, medial aufgegriffen werden, wie die im Hintergrund eingeblendeten Beispiele deutlich zeigen. Auch wissenschaftlich beschäftigt man sich seit vielen Jahrzehnten mit der Thematik der Naturgefahren und in den letzten zwei Jahrzehnten auch immer mehr mit den Fragen der Naturrisiken. Aufgrund der vielfältigen Betroffenheiten sind hier auch viele Disziplinen involviert. Sie reichen von den Ingenieurs zu den Versicherungswissenschaften, von der Raumordnung und Raumplanung über die Sozialwissenschaften mit der Soziologie und der Psychologie, der Humangeografie, bis zu den Naturwissenschaften mit der Geomorphologie, der Geologie, der Elementologie, um nur einige wenige Disziplinen zu nennen. Natürlich gibt es noch viel mehr. Und jede Disziplin hat hier einen ganz eigenen Zugang. Es gibt leider nicht eine klar definierte Begrifflichkeit, wie beispielsweise in der Mathematik oder Physik, wo Begriffe eindeutig definiert sind. Deshalb ist es zielführend, im Folgenden einige der zentralen Begriffe für diesen MOOC zu definieren und zu erläutern. Ein Naturereignis ist ein natürlicher Prozess, der auf einer Geländeoberfläche auftritt. Dieser Prozess ist charakterisiert durch seine Größe, Stärke oder auch Magnitude genannt und durch die Frequenz des Auftretens, der Wiederkehrperiode. Solche Prozesse formen und verändern unsere Umwelt seit Jahrmillionen, sind also ein ganz normaler Teil der Landschaftsentwicklungen. Und wenn solch ein Naturereignis in einem Gebiet auftritt, das durch eine Gesellschaft genutzt wird, dann spricht man von einer Naturgefahr. Diese ist folglich definiert als das Auftreten eines potenziell schadenbringenden natürlichen Prozesses mit einer bestimmten Magnitude und Frequenz in einem bestimmten Gebiet und in einem definierten Raum. Werden die Konsequenzen einer Naturgefahr quantifiziert, dann spricht man von einem Naturrisiko. Die Konsequenzen setzen sich hierbei zusammen aus den Risikoelementen und deren Vulnerabilität gegenüber einer bestimmten Naturgefahr. Risikoelemente können hierbei Menschen sein, Gebäude, Industrieanlagen, können Versorgungslinien umfassen oder auch nur bewirtschaftete Agrarflächen beinhalten. Sie können also punktuell vorkommen, wie ein Haus, ein Auto oder ein Strommast. Sie können linienhaft auftreten, zum Beispiel Autobahnen oder Bahnlinien oder ganze Flächen beinhalten, zum Beispiel einen Flughafen. Und jedes Risikoelement hat unterschiedliche Vulnerabilitäten gegenüber den verschiedenen Naturgefahren. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. Ein Risikoelement hat ein Schadenspotenzial, also zum Beispiel ein Haus mit einem Wert von 500.000 Euro. Wird dieses Haus von einer Naturgefahr, Überschwemmung, getroffen, variiert die Vulnerabilität des Hauses nach der Magnitude der Überschwemmung. Wenn beispielsweise die uteren 10 cm des Hauses betroffen sind, ist die Vulnerabilität 10%. Das heißt, der Schaden beträgt nur 10% des Schadenspotenzials. Wenn jedoch die Überschwemmung zwei Meter Wassertiefe hat, dann mag die Vulnerabilität schon 50% sein. Und wenn das Haus vollkommen überschwemmt ist, beträgt die Vulnerabilität 100%, also komplette Zerstörung. Dieses Konzept ist in Analogie auf alle verschiedenen Typen von Risikoelementen und auf alle verschiedenen Ausprägungen von Naturgefahren übertragbar. In den Ingenieur-, Natur- und Versicherungswirtschaftlichen Kontexten wird das Naturrisiko häufig durch folgende Formel berechnet. Naturrisiko ist die Funktion von Naturgefahr und Konsequenzen, wobei die Konsequenzen eine Funktion sind aus den Risikoelementen und den Vulnerabilitäten. Bei allen Nachteilen einer solchen Quantifizierung ermöglicht sie aber auch, Naturrisiko in den letzten Jahren vergleichbar darzustellen. Dieser Überblick erlaubt, die verschiedenen Begriffe klarer voneinander trennen zu können. Und in diesem Kontext sei auch auf die UNDRR, der United Nations Office for Disaster Risk Reduction, hingewiesen. Hier wurde schon vor Jahrzehnten ein Glosar entwickelt, von relevanten Begrifflichkeiten, die inzwischen als Definitionen auch international akzeptiert werden. Diese Terminologie ist online unter dem eingeblendeten Link verfügbar und als Studienhilfe bei der weiteren Arbeit mit Begriffen und Terminologien sehr nützlich. Geomete von einem